Also mir gefällt er großartig. Ich habe auch den Eindruck, denen, die diesen Sport betreiben, gefällt er sehr, sehr gut. Das ist eine Top-Anlage, absolut state of the art. Und von daher natürlich auch würdig, dass hier, wie jetzt am Wochenende, eine Meisterschaft, nämlich die Deutsche Meisterschaft, stattfindet. Die Meisterschaften waren ja schon geplant. Ich würde mal annehmen, dass diejenigen, die von Skateboarden wirklich was verstehen, die hatten schon eine sehr gute Vorahnung, dass hier etwas wirklich Großartiges entsteht. Und deswegen ist die Deutsche Meisterschaft hierher gekommen. Und ich glaube, alle freuen sich jetzt auf großartige sportliche Wettbewerbe auf einer wirklich grandiosen Anlage.